Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geistböcken vom 1. FC Köln, dem DFB-Pokalsieger 2016-2017. Was war das im letzten Part für ein spannendes Finale? Die Kölner haben im Karnevalsduellen Mainz 05 mit 2 zu 0 gezwungen, bezwungen vielmehr und haben nach 34 Jahren ohne Titel den DFB-Pokal zum vierten Mal bzw. zum fünften Mal natürlich in ihrer Vereinsgeschichte gewonnen. Es wurde auch langsam wirklich mal wieder Zeit. Ich hoffe ihr seid wieder alle ein bisschen nüchtern. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, denn heute wollen wir einen ruhigen, besonnenen Saisonabschluss hinlegen. Wir werden uns ein paar Statistiken anschauen und so weiter, bevor wir dann direkt in die nächste Saison übergehen. Brosinski, der hat sich noch im Finale gegen uns verletzt. Verstauchter Knöchel wird für vier Wochen ausfallen. Denke ich aber halb so wild. Ist er jetzt Sommerpause, da kann er sich ganz in aller Ruhe von dieser Verletzung erholen. Obwohl Osako im Pokalfinale doppelt getroffen hat, wurde Robert Demandowski zum Spieler des DFB-Pokals gewählt. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber darauf können wir wohl verzichten bzw. damit können wir leben. Gucken wir doch nochmal ganz kurz zum Abschluss. Hatten wir zwar schon nach dem letzten Bundesligaspieltag uns angeschaut, aber trotzdem nochmal die Bundesliga-Tabelle an, weil sie einfach so schön aussieht. Die Bayern natürlich Deutscher Meister mit gerade mal zwei Niederlagen und beide Niederlagen, das muss man ja auch immer wieder erwähnen, waren gegen den 1. FC Köln. 14 Punkte Vorsprung von den BVB, Wolfsburg auf Platz 3, Gladbach vierter in der Champions-League-Qualifikation. Leverkusen, Köln und Mainz 05 als DFB-Pokalfinalist werden in der UEFA Europa League antreten. Hertha hätte nur ein Tor mehr schießen müssen, dann wären sie in der Europa League gewesen. Das war unfassbar knapp, man kann es echt nicht in Worte fassen. Frankfurt und Augsburg trotzdem mit einer guten Bundesliga-Saison. Bremen, Hoffenheim, Hannover, HSV, Schalke eher enttäuschend. Mainz nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht in der Relegation, denn dort steht der FC Ingolstadt. Die beiden Aussteiger aus Leipzig und Freiburg sind direkt wieder abgestiegen. Gegen wen Ingolstadt spielt, können wir uns auch nochmal eben anschauen. Wobei, da steht anscheinend doch noch gar nicht fest. Oder müssen wir hier bei Begegnungen gucken. Ne, es steht anscheinend noch nicht fest. Die 2. Liga ist noch nicht zu Ende gespielt. Interessant. Normalerweise ist die 2. Liga ja immer vor der 1. Liga beendet. Aber, sei es drum. Wir müssen erstmal ganz kurz wieder unser Training neu einstellen. Das werde ich bestimmt in der Sommerpause ein- oder zweimal vergessen. Stellen wir mal ein bisschen neu ein. Wobei, Elionussi kann mal bleiben. Langepässe und Flanken. Ja, Flanken muss er unbedingt auch trainieren. Ich sehe, das Passspiel passt eigentlich auch. Hm, das passt eigentlich alles so weit. Amiri kriegt mal vielleicht eine kleine Trainingspause. Wer war denn schon etwas länger nicht mehr dabei? Sisto darf mal wieder. Warum nicht? El Rondo, kurzer Pass und Übersicht. Übersicht ist ja schon exzellent eigentlich für einen Außenspieler. Ist ja schon sehr, sehr gut. Aber was können wir denn noch mit ihm machen? Durchsetzen. Ausdauer hat er auch schon eine 81. Das muss er eigentlich auch nicht mehr so großartig trainieren. Hm, dann passt El Rondo eigentlich schon ganz gut. Vor allem wegen kurzer Pass. Das könnte er vielleicht wirklich noch ein bisschen trainieren. Oder eben Flanken. Perfekte Vorlagen. Ich glaube, das passt ganz gut zu. Pion, es ist du. Das trainierst du mal. Und Gerhard kann auch mal ein bisschen an seinen Abschluss feiern. Wieso nicht? Simulieren wir einmal durch. Während der Sommerpause haben wir ja ein paar Trainingswochen, wo wir auch mal ein bisschen durchswitchen können. Wow, und Gülkan Gül verbessert sich sehr, sehr gut in Ballkontrolle. Note A, genauso wie bei El Yunussi. D bei Iseka, C und C bei Gerhard und Sisto. Das ist doch ganz in Ordnung. Für diese Trainingswoche nur einen Tag nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin. Was die Geistböcke für sich entschieden haben. Man kann es nicht häufig genug erwähnen. 2 zu 0. Unser erster Titel in diesem FIFA 16 Karrieremodus Let's Play. Vielleicht auch der einzige und letzte, den wir gewonnen haben. Aber deswegen, gerade deswegen, müssen wir uns darüber freuen, dass wir diese Chance zu einem Titel genutzt haben. Und wir sind natürlich in der nächsten Saison, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, auch schon davor gesagt, wir sind im internationalen Geschäft. Und wir bekommen auch ein bisschen Turnierpreisgeld für den Sieg im Pokalfinale. Wir bekommen mit 3,5 Mille. Das ist doch mal ein ganz nettes Sümtchen. Iseka sagt meine Rolle im Verein. Er ist unzufrieden mit seiner Rolle. Ich möchte also häufiger spielen. Und gerade im Sturm, in Sachen Karla Planung, wo ich eigentlich erst in den nächsten Part drauf eingehen wollte. Ach, ich weiß nicht, in Sachen mit den Stürmern. Jetzt sortieren wir mal ganz kurz an Position. Denn ich habe mir auf jeden Fall überlegt, schon mal so viel Batsuhali werden wir mit ziemlich, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit verkaufen. Dafür werden wir allerdings noch einen neuen Stürmer auf jeden Fall verpflichten. Vielleicht von einem ähnlichen Preis. Und ich hoffe, etwas besseren Leistungsverhältnis als eben Batsuhali. Müssen wir mal gucken, wen wir da verpflichten. Denn hätten wir noch Osaku, Iseka und Finne. Wobei ich Finne eher als Außenstürmer sehe, als Mittelstürmer. Podolski kann natürlich auch noch im Sturmzentrum spielen. Und wenn statt Batsuhali da noch einer dazukommt, ist mir das eigentlich schon einer zu viel. Deswegen würde ich sehr gerne einen von den beiden Finne oder eben Iseka verleihen. Aber in Sachen Karla Planung, ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. In diesem Part wollen wir es erst mal ganz bemühtlich ausklingen lassen. Und uns auch ein paar Statistiken in der Saison anschauen. Und so weiter. Und vielleicht auch schon mal ein, zwei Verträge vorzeitig verlängern. Den von Jeffrey Stubb haben wir ja erst vor kurzer Zeit verlängert. Aber ihr seht, sehr viele Verträge laufen oder enden in zwei Jahren. Also am Ende übernächster Saison. Ist da noch ein bisschen hin. Aber vielleicht kann man da auch schon mal vorzeitig den ein oder anderen verlängern. Dann Bittencourt, der möchte bestimmt eine Erhöhung haben. Eine ordentliche, ne? Ja, das dachte ich mir schon. 60.000. Der möchte eine Gehaltsverdoppelung. Wie sieht es bei Siegmeier aus? Der möchte nur ein bisschen mehr. Boah, ich finde, der möchte auch bestimmt eine ordentliche Erhöhung. 40.000 möchte er. Ja, vielleicht warten wir da noch ein bisschen mit den Vertragsverlängerungsangeboten. Louis Schaub, momentan verliehen. Ich möchte auch eine ordentliche Erhöhung. Warum wollen die alle mehr Geld? Ich kann es 80.000. Boah, Herr Risse. Das ist aber schon ein bisschen sehr übertrieben. Sandsbury, den wir sowieso abgeben wollen. Kitten Vogt. Ach, 70.000. Was ist mit denen los? Wolkowski. 70.000. Alter, was geht denn mit denen? Okay, von einigen Leuten werden wir uns in der nächsten Saison eh trennen. Ich glaube, da warten wir doch noch ein bisschen mit den Verlängerungen der Verträge. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir als Dani Dattel noch irgendwelche Jobangebote haben, beziehungsweise wo wir uns bewerben könnten. Zum Beispiel bei Freiburg, die abgestiegen sind. Oder bei Leipzig, die abgestiegen sind. Bei Arsenal, London könnten wir uns bewerben. FC Liverpool, Newcastle United, die Tottenham Hotspurs oder West Bromwich Albion. Natürlich interessante Vereine, aber ich glaube, gerade jetzt, wo wir es mit Dani Dattel und den Kölnern geschafft haben, in der nächsten Saison europäisch dabei zu sein, möchte ich den Verein eigentlich auch gar nicht wechseln. Sollten wir den Verein mal irgendwann wechseln, dann höchstwahrscheinlich in die Premier League, nehme ich ganz stark an, denn ich glaube nicht, dass ich zu einem Bundesliga-Konkurrenten wechseln wollen würde. Wir haben Köln jetzt schon so gut aufgebaut und ich möchte dann nicht irgendwann gegen Köln dann tatsächlich auch nochmal spielen. Was wir allerdings jetzt machen könnten, wir haben ja ordentlich Budget. Zur neuen Saison werden hier auf jeden Fall Büttner, Saibé und Knoche ablösefrei zu uns stoßen. Also drei Spieler kommen sowieso noch zu uns. Und wie vorhin angedeutet, ansonsten möchte ich transfertechnisch eigentlich gar nicht so viel machen, bis auf eben einen neuen Stürmer zu verpflichten, anstelle von Batsuhali. Und durch den Verkauf von Batsuhali werden ja auch bestimmt ein paar Millionen generiert. Und die möchte ich einfach dazu nutzen, eben einen Ersatz zu verpflichten. Sprich, das ganze Geld, das wir jetzt noch haben, können wir zum Beispiel auch für neue Scouts ausgeben. Und zudem wollen wir auch noch ein paar weitere Spiele abgeben, wie Urkowski, wie Sandsbury, Jujic sowieso. Eventuell auch noch ein, zwei andere. Also da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel Geld in die Kassen gespürt bekommen. Deswegen, ich möchte mal ganz kurz erstmal hier in das globale Transfernetzwerk, erstmal die ganz schwachen Scouts möchte ich entlassen. Zum Beispiel den guten Thomas Sturitscher. So, jetzt ist er entlassen. Dennis Wolf, erstmal zurückrufen. Achso, er muss jetzt erstmal wieder zurück. Okay, wir müssen erstmal unsere ganzen Scouts zurückrufen, sonst können wir die vorher nicht feuern. Wohin die auch alle gerade unterwegs sind. Okay, dann rufen wir sie erstmal alle zurück. Und dann gucken wir mal, wen wir da behalten wollen. Aber vor allem in Sachen Jugend Scouts. Jetzt sollten wir uns mal so langsam aufstellen. Und da haben wir ja mittlerweile genügend Kohle. Die sind ja gar nicht so teuer. Markus Schmidt, 4 und 4 Sterne. Kostet gerade mal 2 Millionen. Da würde ich schon fast sagen, wir warten, bis wir da noch bessere Scouts angeboten bekommen. Oder, beziehungsweise die frei sind. Also da möchte ich wirklich schon zumindest 2, 5 und 5 Sterne oder zumindest 4 und 5 Sterne Scouts haben im Jugendbereich. Damit wir auch da richtig gute Nachwuchsleute heranbekommen. Ansonsten haben wir gar nicht so viel hier zu belabern. Meine Ziele, Prognose Platz 6. Wir sind 6er geworden. DFB-Pokalsieger. Wir sind nicht nur in beiden Bereichen im Soll, sondern haben es sogar weit, weit übertroffen. Ich hoffe bloß nicht, dass in der nächsten Saison der Vorstand sagt, ja, ne, jetzt haben wir die Europa League erreicht. Jetzt wollen wir auf jeden Fall die Champions League erreichen. Wir müssen immer weiter in den Erwartungen steigen. Ich hoffe, soweit wird es nicht kommen. Aber ich habe da schon so eine Befürchtung. Mal gucken. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was der Vorstand in Sachen Saisonziehen zur neuen Saison zu uns sagen wird. So, und damit sind wir wirklich am Saisonende. Keine Bundesligaspiele mehr für uns. Überhaupt keine Spiele mehr für uns. Ich glaube, das Champions League Finale müsste demnächst noch stattfinden. Und das Europa League Finale. Da können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Und eben die Bundesliga-Relegation. Ingolstadt gegen Mr. Unbekannt. Aber gucken wir mal ganz kurz. Champions League. Da wird das Finale lauten. Man City gegen Juventus Turin. Man City hat sich gegen Real Madrid durchgesetzt und Juventus gegen Barcelona. Kein El Clasico im Finale. Ganz im Gegenteil. Man City gegen Juventus. Die beiden Gruppengegner in der Real-Life-Gruppenphase von Borussia Mönchengladbach. Ach, und schau einer an. Das Europa League Finale wurde sogar schon gespielt. Der FCB der Real gewinnt im spanischen Duell gegen Atletico Madrid. Etwas überraschend mit 2 zu 1. Madrid setzte sich gegen Manchester United durch. Nein. Der Real setzte sich gegen Sporting durch. Und Atletico Madrid setzte sich gegen Manchester United durch. So herum. Interessant. Haben wir es jetzt auch schon erfahren. Dann können wir natürlich noch erstmal auf die allgemeine Spielerstatistik der Saison gucken. In der Fußball-Bundesliga. Thomas Müller mit 22 Toren. Ganz klar auf Platz 1 in der Torschützenliste. Gefolgt von Max Kruse, seinen Nationalmannschaftskollegen und von Seferovic. Beide mit jeweils 13 Toren. Dann kommt Djordjevic mit 12 Toren. Raphael, der die Gladbacher verlassen wird. Richtung Norwich City 11 Tore. Genauso wie Aranguisch. Dann einige Spiele mit 10 Treffern. Dann Kurani, Dorst, Drimic und Posen. Castagnons 9 Treffer. Kiesling, Castro, Erdinc, Stocker. Alle mit 8 Treffern. Außerdem Gladbachs Raphael. Auch noch bester Vorlagengeber. Mit 6 Assists. Ganz gut dabei. Gefolgt von Dani Bayer. Vom Augsburg 5 Tore vorbereitet. Genauso wie Ribéry. Wie Alvin Ekdal, wie Vidal, wie Uccia, wie Ben Jeddah. Lukas Hinterseer, Johansson. Und dann schon einige mit 4 Vorlagen nur noch. Ohne Gegentor. In der Statistik Timo Horn ganz klar vorne. 21 Mal zu 0 geblieben. 21 Mal die weiße Weste bewahrt. Auf Platz 2 in dieser Statistik. Roman Björkig gerade mal mit 13 Mal. Zu 0 spielen. Interessant. Die meisten der Karten landen auf das Konto von André Hoffmann aus Hannover und bei Julian Korb von Borussia München Gladbach. Rote Karten gab es nicht so viele wie in der letzten Saison, habe ich so die Vermutung. Ich glaube, da gab es sogar einige Spieler, die sogar 3 Mal vom Platz geflogen sind. Diesmal sind es nur 5 Spieler, die 2 Mal jeweils vom Platz geflogen sind. Mit Brooks, mit Galvis, mit Reinhardt, mit Trash und mit Pirmin Spekler von der TSG Hoffenheim. Dann die Top-Torjäger in den Pokalwettbewerben. DFB-Pokal hatte ich schon kurz angesprochen. Lewandowski und Osaku gemeinsam auf Platz 1. Dann gehen wir mal weiter zur Champions League. Dort, dort, nein dort. Torschützenkönig Mario Manzukic von Juventus Turin mit 9 Toren. Und er kann im Finale sogar ja noch zumindest ein bisschen was draufsetzen. In der Europa League wurde es Schadley von den Tottenham Hotspurs mit 12 Toren für einen Flügelmann. Schadley ist ja nicht mal ein klassischer Mittelstürmer, eher ein Linksaußen. Da 12 Tore zu machen, das ist schon aller Ehre wert. Top Vorlagen über Guadalu, der Mexikaner vom PSV Eindhoven. Interessant, interessant. Ach ja, und im kommenden Sommer, der jetzt vor uns steht, findet auch noch der Comfet Cup statt. Da wurde ja letztens die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Können wir es hier noch irgendwo einsehen in den News. Finale, Finale, das haben wir alles gesehen. Internationale News. Ah, tatsächlich, da können wir auch noch mal die Elf von Jogi Löw, die er nominiert hat für den Comfet Cup, uns anschauen. Im Tor, keine großen Überraschungen, behaupte ich mal, mit Neuer, Leno und Ralf Fehrmann. In der Abwehr mit Jung aus Wolfsburg, interessant. Boateng, Hummels, Jonas Hector, der Ex-Kölner mit dabei. Erik Durm, Julian Korb, Süle, Mustavi und Höwedes. Sehr viele Verteidiger nominiert, wie ich finde. Im Mittelfeld Toni Kuhs, Philipp Lahm, hier im Let's Play natürlich noch nicht zurückgetreten. Ich glaube, das gibt es hier im FIFA-Karrieremodus auch gar nicht. Egal, Bellarabi, Reus, Özil, Volland, Schürrle, Grötze und Kedira, eine ganz gute Elf, wie ich finde. Im Sturm nur zwei Leute mit Thomas Müller und Max Kruse. Die beiden besten Torjäger in der Fußball-Bundesliga. Also auch da eigentlich nichts falsch gemacht. Brasilien, mal ganz kurz drüber gucken, ob da was Besonderes bei ist. Sieht nicht unbedingt danach aus. Argentinien, na vor allem der Angriff ist natürlich Hammer. Messi, Aguero, Higuain, Tavis, Perotti. In Sachen Angriff sind die Argentinier, ich würde behaupten, sogar schon den Brasilianern auf jeden Fall voraus. Voraus. Okay, haben wir das auch gesehen. Eine Sache wollte ich noch machen. Natürlich unsere eigene Team-Statistik. Das ist ja schon fast das Interessanteste. Aber das können wir am besten über unseren Team-Bericht machen, würde ich sagen. Wo wir alles schön im Überblick haben. Fangen wir an mit Timo Horn. Mitarbeiter bei einem Marktwert von 20 Millionen Euro. Vorm großartig, Mohal, sehr glücklich. 34 Mal in der Bundesliga gespielt, 5 Mal im Pokal. Durchschnittsnote in der Bundesliga eine 6,9. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Dann Dennis Siegmeier. Ich gucke mir jetzt primär nur die Bundesliga-Statistiken an. 32 Mal in der Bundesliga gespielt, 1 Tor, 1 Vorlage, eine gelbe Karte. Durchschnittsnote 6,6. Der Neuzugang vom HSV hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Dann Sörensen. 33 Mal in der Bundesliga gespielt, 1 Tor erzielt. Eine gelbe Karte. Durchschnittsnote 6,4. Aber hat es damit geschafft, in die Elf der Bundesliga-Saison gewählt zu werden. Der einzige Kölner neben Timo Horn. Dann sein Innenverteidiger-Kollege Dominik Heinz mit 31 Einsätzen. 6,3er Durchschnittsbenotung. Für einen Innenverteidiger auch absolut. In Ordnung. Jeffrey Schlupp, 25 Mal in der Bundesliga gespielt. Er ist seit der Rückrunde Stammspieler geworden. Nach dem Weggang von Jonas Hector. Hat zwei Torrohre vorbereitet. Und eine Durchschnittsnote von 6,4. Ist auch ganz passabel. Wird allerdings mit Büttner natürlich einen starken Konkurrenten zur neuen Saison bekommen. Dann unser Capitano. Marco Höger. Zwei Stärkepunkte hinzugewonnen. 32 Mal in der Bundesliga gespielt. Ein Tor, zwei Vorlagen. Im DFB-Pokal war er in der Hinsicht besser drauf. In fünf Spielen zwei Tore und zwei Vorlagen. Nicht schlecht. Durchschnittsnote in der Bundesliga 6,5. Dann Jannik Gerhardt. Das Eingewechs. 29 Einsätze in der Bundesliga. Zwei Tore. Im Pokal hat er sogar dreimal getroffen. Eine 6,4 in der Bundesliga als Durchschnittsbenotung. Sehr, sehr gut. Dann Pione Sisto. Was ich schon im letzten Part ganz kurz angedeutet habe. 16 Mal gespielt in der Bundesliga. Allerdings ohne direkte Torbeteiligung. Auch deswegen hatte ich Marcel Risse im Finale gegen Mainz spielen lassen. Und Risse hat er direkt mal das Tor vorbereitet. Also ich denke zur neuen Saison wird es da einen spannenden Zweikampf auf der rechten Seite geben. Zwischen eben Risse und Sisto. Von ihm muss noch ein bisschen mehr kommen. Auch wenn er häufig in Ansätzen sehr gut unterwegs war. Er muss noch ein bisschen sich mehr an den Toren beteiligen. Der Markt wird 10 Millionen mittlerweile. Für 8 haben wir ihn verpflichtet im Winter. Trotzdem SRS 22. Der hat noch eine gute Entwicklung vor sich. Genauso wie Elio Nussi. Der gerade eben einen Stärkepunkt hinzugewonnen hat. Jetzt auf einer 74. 23 Mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. Allerdings auch ohne direkte Torbeteiligung. Im Pokal immerhin zweimal getroffen. Durchschnittsrunde 6,2. Er hat sich zwar in der Rückrunde verbessert. Aber auch von ihm muss deutlich mehr kommen. Dann unser Winterneuzugang. Die große Überraschung der Rückrunde würde ich sagen. 13 Mal zum Einsatz gekommen in der Bundesliga. Ein Tor erzielt. Drei vorgelegt. Durchschnittsnote allerdings nur eine 6,2. Also so schlecht fand ich ihn nicht. Er war vor allem am Anfang der Rückrunde ein Garant dafür, dass wir zur Erfolgsschwur zurückgekommen sind. Dann die größte Enttäuschung wahrscheinlich. Für knapp 20 Millionen Euro aus Marseille gekommen. 25 Einsätze. Drei Tore. Das war eine Vorlage. Gemessen am Preis war das einfach zu wenig. Auch gemessen vor allem, was er eigentlich kann, war es viel zu wenig von Mitschieber zu Hadi. Der Belgier wird höchstwahrscheinlich uns verlassen. Dann Gabor Kiray. Beendet nach Saisonende seine Karriere. Hat im letzten Spiel im Pokalfinale seine letzten Sekunden genießen dürfen. In seinem ehemaligen Stadion. Das hat er sich eigentlich, nicht nur eigentlich, das hat er sich redlich verdient. Der Jogginghosenmann mit mittlerweile 41 Jahren. Darf er die Fußballschuhe jetzt an den Nagel hängen. Dann Skilbrett. 29 Jahre alt. Haben wir vor Saisonbeginn von Hertha verpflichtet. Als erfahrene Stütze. Und er hat sich um zwei Stärkepunkte noch verbessert. Kam in Anführungszeichen nur zu 17 Einsätzen. Aber immerhin, jedes zweite Spiel spielt er dann doch ab und zu mal. Durchschnittsnote 6,3. Auf ihn baue ich auch weiter hin. Dann unser Winterneuzugang. Für eine Million Euro aus Dortmund gekommen. Ohne Einsatz. Noch ohne Bundesliga-Debüt. Könnte sich aber vielleicht demnächst schon ändern. Felix Passlack. 18 Jahre jung. Eins der ganz großen Talente bei uns im Kader. Dann Lea Iseka. 18 Mal in der Bundesliga gespielt. Drei Tore. Alle drei Tore nach Joker-Einsatz. Durchschnittsnote 5,9. Ja, liest sich natürlich schlecht. Aber man muss halt bedenken, er hat meistens immer wirklich nur eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde gespielt. Also von daher sagt das nicht so viel aus. Moral unglücklich. Da würde sich es wahrscheinlich wirklich anbieten, ihn in der nächsten Saison eventuell zu verleihen. Gucken wir mal. Dann Leonardo Bittencourt. 30 Einsätze. Interessant. Denn er hat seinen Stammplatz auf jeden Fall in der Rückrunde verloren. Wundert mich so gerade ein bisschen, dass er trotzdem auf 30 Einsätze in der Bundesliga insgesamt kam. Immerhin eine Torvorlage, eine rote Karte. Ich erinnere mich noch, das war irgendwann in der Mitte der Saison, als er vom Platz geflogen ist. Durchschnittsnote eine 6,1. Auch von Bittencourt muss erheblich mehr kommen, wie eigentlich von allen unseren Außenspielern. Dann Julia Osako im Pokal. Das war sein Wettbewerb. Vier Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen. Durchschnittsnote 7,7. In der Bundesliga nur 17 Mal zum Einsatz gekommen. Zwei Tore erzielt. Durchschnittsnote 6,0. Aber wir wissen alle, er ist deutlich besser als diese Durchschnittsnote. Und auch deswegen auf jeden Fall bei mir weiterhin gesetzt. Sollte er in Köln bleiben. Denn wir sehen bei seiner Moral, er hat immer noch Heimweh. Aber er hat ja vor einigen Wochen zu uns gesagt, dass er trotzdem immer noch alles für Köln geben will. Vielleicht werden wir ihm auch demnächst nochmal ein Verlängerungsangebot machen. Müssen wir mal schauen. Dann Pudolski. Nach Batschuhali die größte Enttäuschung. Nach seiner Rückkehr nach Köln. Zwar 27 Mal gespielt, allerdings nur zwei Tore und eine Vorlage. Vom Prinz Pudolski, da sind wir aus der Vergangenheit wesentlich Besseres gewöhnt. Aber er wird definitiv in Köln bleiben. Den möchte ich auch nicht verkaufen oder abgeben. Er wird bis zum bitteren Ende jetzt in Köln bleiben. Und wenn auch nur als Symbolfigur. Aber er wird auf jeden Fall auf seine Einsätze kommen. Das hundertprozentig. Dann Gülkon Gül. Unser nächstes großes Talent, 18 Jahre jung, ist ja momentan noch ausgeliehen mit Kaufoptionen bis zum nächsten Winter. Ich hoffe, dass wir die dann spätestens dort zielen können. Einmal in der Bundesliga gespielt. Durchschnittsnote 5,8. Nicht so beeindruckend. Aber ähnliches wie bei Passlack geht auch für ihn. Der ist erst 18 Jahre jung. Da können wir in Zukunft noch Großes von ihm erwarten. Im Gegensatz zu ihm hier, Huber Kababy, war ja in der letzten Saison verliehen. Aber hat nicht so die Entwicklung genommen, die ich mir gewünscht und erhofft habe. Deswegen wird der 21-Jährige uns höchstwahrscheinlich zur neuen Saison verlassen. Daniel Mesenhüller, unser Kölner Nachwuchskeeper, wird die neue Nummer 2. Das ist auch eindeutig klar. Wobei wir könnten eventuell, ich hatte ja gesagt, ich wollte eigentlich nur noch zusätzlich einen Stürmer verpflichten. Eventuell werden wir uns noch einen dritten Torwart, einen erfahrenen Torwart, noch dazu holen. Dann müssen wir mal schauen. Aber Mesenhüller wird auf jeden Fall die neue Nummer 2 nach der Karrierebeendigung von Gabor Kirei. Danujic hat immerhin noch zweimal in der Bundesliga gespielt. Steht glaube ich schon seit Sommer auf der Transferliste. Spätestens seit dem Winter. Sind wir ihn aber leider bislang noch nicht losgeworden. Aber er steht weiterhin zum Verkauf. Dann Bordfinne. Dreizeitmal in der Bundesliga gespielt. Ein Tor, zwei Vorlagen. Durchschnittsnote 6,1. Seine drei Scorer-Punkte hat er alle nach Einwechslung erzielt. Auch von ihm können wir noch einiges erwarten. Ulkowski immerhin drei Bundesligereinsätze. Aber auch ihn werden wir definitiv abgeben. Genauso wie Trent Sandsbury. Ebenfalls mit dreimal in der Bundesliga gespielt. Durchschnittsnote 4,2. Ja, viel schlechter geht es eigentlich nicht. Was wir mit ihm hier machen, weiß ich auch noch nicht so. Kevin Vogt. Moral bedroht. Er wäre natürlich auch noch ein gutes Innenverteidiger-Backup. Wobei wir verpflichten ja Robin Knoche zur neuen Saison. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was wir mit Kevin Vogt anstellen werden. Dann Marcel Risse, starkes Pokalfinale gespielt. In der Bundesliga immerhin 15 Mal gespielt. Ein Tor. Durchschnittsnote 6,1. Und das wichtige 1,0 im Finale von Osalco vorbereitet. Dann unsere momentan verlierenden Spieler. Vier Stück an der Zahl. Leander Dendonka hat für den FC Augsburg 28 Spiele gemacht. Also auf jeden Fall Stammspieler gewesen. Durchschnittsnote 6,2. Gersbach können wir uns leider keine Statistiken anschauen, weil er an Eberdien in Schottland verdienbar. Dann Louis Schaub. 25 Einsätze für Hannover 96. Immerhin vier Tore erzielt. Mehr als alle unsere Spieler in der Fußball-Bundesliga. Durchschnittsnote 6,5. Das liest sich auch ganz gut. Und Louis Schaub möchte ich zur neuen Saison, zumindest in der Vorbereitung auf jeden Fall, erneut die Chance geben, sich zu zeigen. Und zu guter Letzt noch Lukas Klünter, ein weiterer Kölner Jung, der sich um 5 Städtepunkte verbessert hat, war in der laufenden Saison an Sturm Graz nach Österreich verliehen. Okay, das ist also die Statistik unserer Kölner Jungs. Bin schon sehr gespannt, was sich transfertechnisch noch bei uns zur neuen Saison so tun wird. Und damit können wir noch ein bisschen im Kalender voran. Janik Gerhardt sagt, danke Chef. Wofür danke, mein Lieber? Äh, dass sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Achso, ja, ich erinnere mich ganz dunkel, er hatte sich ja beschwert, weil er einmal nicht gespielt hat. Ey, sie haben mir völlig andere Sachen versprochen, als ich hier unterschrieben habe. Nur weil er einmal auf der Bank saß, aber jetzt ist er wieder vollkommen zufrieden. Er ist glücklich, ich bin glücklich, alle sind glücklich. Deswegen können wir noch mal ein bisschen Training was verändern. Dort Finne darf mal wieder ein bisschen mitwirken. Und zwar Ecken reinbringen. Wobei Flanken musst du eigentlich auch wirklich verbessern. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Was wird denn empfohlen? Kopfbälle und Vollis vielleicht. Stellungsspiele, Kopfballspiele kann er vielleicht auch ein bisschen verbessern. Schusskraft ist auf 82. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dribbling Parcours, Ballkontrolle, Ausdauer könntest du eventuell auch noch ein bisschen trainieren. Von daher bietet sich Durchsetzen vielleicht noch ein bisschen an. Deine Stärken noch weiter ausbauen. Glück und Glück darf auch noch weiter. Sif darf auch noch ein bisschen. Gerhard darf vielleicht mal ein bisschen pausieren. Und für ihn darf Passlag mal nach längerer Zeit wieder. Und zwar, was willst du denn machen? Übersicht wäre für dich auch nicht schlecht, wenn du das trainieren könntest. Aber mach mir erstmal El Rondo Defensiv, damit du deine Defensivfähigkeit noch ein bisschen verbesserst. Und simulieren einmal wieder alles durch. Note B, C, C, D, D. So, und dann haben wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, als im Kalender ein bisschen weiter voranzugehen. Wobei wir können uns noch eben das Champions League Finale natürlich anschauen, wie das ausgegangen ist. Und zwar, und zwar, und zwar hat Man City nach Elfmeterschießen Juventus Turin 5 zu 4 bezwungen, nachdem es nach 120 Minuten 2 zu 2 stand. Das war also ein richtig spannendes Champions League Finale und steht mittlerweile auch fest, ja, es steht fest, gegen Ingolstadt spielen muss. Nämlich gegen die Spielvereinigung Kreuterfürth, 8.6. und 12.6. Sprich, in der nächsten Woche, da werden wir natürlich auch gespannt auf die Ergebnisse warten. Wir können uns nochmal ganz kurz die anderen Ligen anschauen, das hatten wir noch nicht gemacht. Und zwar fangen wir natürlich an in der 2. Liga, dort aufgestiegen, keine große Überraschung, der VfB Stuttgart direkt wieder hoch, gemeinsam mit der Fortuna aus Düsseldorf und Kreuterfürth also ein 3. geworden in der Relegation gegen den FC Ingolstadt. Wo ist denn der SV Darmstadt? Darmstadt ist nur 8. geworden. Interessant. Wo wir transfertechnisch natürlich auch nochmal schauen könnten, wären bei Freiburg und Leipzig, ob da noch irgendwelche interessanten Spieler für uns wären. Denn Spieler von Absteigern sind in der Regel ein bisschen günstiger zu bekommen. Wir gucken mal in England, wer ist dort abgestiegen? FC Reading, Middlesbrough und die Greenspark Rangers, die 3 Aufsteiger direkt wieder runter. Mein Lieblingsverein West Ham nur auf 16. Sehr, sehr enttäuschend. Chelsea Meister, Arsenal auf 2, Manu dritter, Liverpool vierter. Tottenham nur 8. geworden. Interessant. Aufgestiegen direkt sind wieder Crystal Palace und Leicester City. Bournemouth auch wieder dritter geworden. Die müssen allerdings noch dann in die Quali-Runde gegen Fulham und dann wahrscheinlich in den Sieger von Cardiff gegen Hull. In Frankreich, keine große Überraschung, PSG mit 18 Punkten Vorsprung Meister geworden vor Marseille. Das ist krass. Noch deutlicher als bei uns in der Bundesliga. In Italien wird es, oder wurde es, sehr viel spannender. Juventus Turin, Champions League, Finalist. Ein Punkt vor dem AC Mailand, italienischer, neuer Meister, neuer und alter Meister. Gucken wir nochmal kurz Holland, Eindhoven vor Ajax, dort gelandet. Und zu guter Letzt müssen wir nochmal bei Spanien gucken. Barcelona oder Real Madrid. Noch könnt ihr wetten. Noch könnt ihr wetten. Noch könnt ihr wetten. Es wurde Real Madrid. Punkt gleich. Mit dem FC Barcelona. Wegen der besseren Tor-Differenz spanischer Meister. Hat es das in Deutschland eigentlich mal gegeben? Dass eine Mannschaft aufgrund der besseren Tor-Differenz deutscher Meister wurde? Ich glaube schon, oder? Ich kann mich gerade nur nicht dran entsinnen, wann genau das war. In Österreich, RB Salzburg, Meister geworden. Auch keine so große Überraschung. Okay, und dann würde ich sagen, wobei eine Sache können wir nochmal eben gucken. Denn Osako, obwohl der hat noch drei Jahre Vertrag. Aber er möchte zum gleichen Gehalt verlängern. Du bist mir sehr sympathisch, mein junger Freund. Und probieren wir mal um ein Jahr einfach so zu gleichen Bezügen zu verlängern. Und vielleicht verschwindet dann auch das Heimweh. Denn Osako möchte ich auf jeden Fall im Verein halten. Ablehnung des Vertrages. Oh, shit. Die Saison war doch so gut. Und zum Abschluss dann doch noch schlechte Neuigkeiten. Leider haben wir schlechte Nachrichten. Der Berater von Julia Osako hat uns mitgeteilt, dass sein Klient auf keinen Fall einen neuen Vertrag bei uns unterschreiben wird. Er möchte sich alle Optionen offen halten und vielleicht in naher Zukunft den Verein wechseln. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Der Vorstand. Ja, das könnt ihr laut sagen. Aber er hat ja noch drei Jahre Vertrag. Ach, mal gucken, wie es da noch weiter geht. Wir gehen in den letzten Monat. In dieser Saison, den Monat Juno 2017. Und deswegen gucken wir noch mal den Teambericht an. Das letzte Mal in dieser Saison. Und sehen zum Beispiel, dass Schlupf sich auf eine 75 verbessert hat. Aber warum steht da jetzt nicht mehr, dass sich Horn um einen Punkt verbessert hat? Interessant. Egal, Schupf auf jeden Fall auf eine 75 hoch. Das freut mich schon mal zu lesen. Ansonsten ist wohl nicht so viel passiert. Doch, Bordfinne auch nochmal ein Stärkepunkt nach oben. Alleine wenn man sich die ganzen Statistiken so anschaut, die Werteverbesserungen. Ich glaube, da hat Bordfinne mit Abstand am meisten zugelegt. Und deswegen jetzt völlig verdient auf einer 75. Und auch das bewegt mich noch mehr dazu, Leia Iseka zur neuen Saison zu verleihen. Also Bordfinne mit ihm plane ich, glaube ich, auch. Vor allem wegen der Doppel- und Dreifachbelastung mit der Europa League. Sprich, da müssen wir zur neuen Saison noch einen breiteren Kader, brauchen wir noch einen breiteren Kader. Und müssen häufiger mal hin und her switchen. Sprich, wir sollten jede Position doppelt besetzen. Ich glaube, wir haben sogar mindestens jede Position doppelt besetzt. Müssen wir da mal schauen. Das ist ein Thema zur neuen Saison. Leider ein bisschen doof, dass Osako nicht verlängern möchte. Andererseits haben jetzt hier noch wirklich alle mehr oder weniger langfristig Vertrag. Da müssen wir wirklich noch nichts machen. Aber bevor ich es vergesse, und ich habe es schon wieder vergessen, regelmäßig nach den Scouts gucken. Aber die sind mir alle noch nicht gut genug. Dann gucken wir nochmal eben schnell bei den normalen Scouts. Die sollten ja mittlerweile alle zurück sein. So, dass wir sie feuern können. Der Belgier, wie gut war der? 3 und 4. 4 und 3. 4 und 3. Und die Wand für Kessel, auch 3 und 4. Hm, da möchte ich vielleicht auch nochmal bessere ranholen. Aber momentan stehen keine besseren zur Verfügung. Wobei, ich glaube, die drei hier lasse ich. Einen deutschen Spezialisten, einen Schweizer und einen Österreicher Spezialisten. Den Belgier werden wir auch mal feuern. Zum Glück fordern die keine Abfindung. Und dann warten wir mal, bis dort eventuell auch neue Scouts uns angeboten werden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Eine Woche oder so. Ich schätze mal, eine Woche müssen wir warten, bis da neue Scouts im Aufgebot stehen. Aber es ist ja Sommerpause. Sprich, wir haben ein bisschen Zeit. So, nicht vergessen, das Training wieder einzustellen. Ejonussi darf weiterhin ein bisschen trainieren. Bord Finne kommt mal wieder raus. Hm, wer hatte denn schon länger nichts mehr? Bittencourt darf eigentlich auch mal wieder. Und wir wissen alle, was er trainieren muss. Nehme ich sein Passspiel, was sich zwar schon verbessert hat, aber noch besser werden kann. Jetzt soll er sich mal auf Flanken und lange Pässe konzentrieren. Gülkan Gül. Ich glaube, Ballkontrolle ausdauert. Das ist eine ganz gute Trainingsübung eigentlich für ihn. Beweglichkeit ist auch wichtig für einen Infrataliger. Die Einheit darf er ruhig mal ein bisschen weitermachen. Sisto macht ebenfalls perfekte Vorlagen, genau wie Bittencourt. Wobei Sisto bekommt auch mal eine Pause. Für ihn kommt... Gute Frage. Für ihn kommt... Amiri mal wieder. Und du darfst auch mal deinen Abschluss verbessern. Schussgenauigkeit. Abschluss 056. Da muss er sich unbedingt verbessern. Und deswegen simulieren wir einmal wieder alles durch. Boah, eine richtig, richtig gute Trainingswoche. Wow, und Gül verbessert seine Ballkontrolle extrem gut. Bittencourt auch eine A. Note B für Amiri. B für Junussi. Nur Passwag. Verbesserungsmöglich, aber doch noch okay. So, Spieler ist im Monat bekannt gegeben. Rattlinger von Hannover 96. Interessant. Der Keeper von den Niedersachsen. Das Hinspiel müsste jetzt schon gespielt worden sein, oder? In der Relegation. Ne, am 8. Und wir haben jetzt... Ach, wir sind jetzt am 8. Gut, da gehen wir mal eben einen Tag voran. Stoppen wieder. Und müssen schon wieder direkt das Training einstellen. Aber wir machen das nochmal exakt die letzte Woche. Mal gucken, ob es wieder so gut wird. Ach, nicht ganz so gut. Passwag nur die Note F. Was ist denn da los? Hat der Herr Passwag etwa keinen Bock zu trainieren? Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Führt sie gleich den Rivalen? Sprich, das Hinspiel haben die Führter gewonnen. Mit 1 zu 0. Auswärts in Ingolstadt. Interessant. Mal kurz gucken, wer das Tor geschossen hat. Tom Weyland. Der Sohn des ehemaligen Hostoker-Profis Weyland. Damit hat Führt jetzt die riesen, riesen Chance. Aber bevor wir uns das Rückspielergebnis anschauen. Gucken wir hier nochmal ganz kurz. Oh, und zwar Joshua Hector. Kostet zwar 4 Mille. Aber wisst ihr was? Ich glaube, den holen wir. Und den holen wir sogar anstelle von... Die Wante Kessel. Das wird unser neuer Chef-Scout. Eigentlich brauchen wir das zwar nicht, aber wir haben jetzt ein bisschen Kohle in Übereifer. Und da haben wir sogar noch ein 4-5er. Lukas Augustin. Wobei, die sind vielleicht ein bisschen zu teuer. Jugend-Scouts. Hoppala. Da wurde die nicht hin. Jugend-Scouts sind ein bisschen wichtiger. Und da haben wir auch ein Noe Baby. Und den werden wir auch direkt verpflichten. Und hier hätten wir noch ein 3er, 4er. Hm. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt noch? 5 Mille hätten wir noch. Vielleicht werden wir jetzt bei den normalen Scouts solche Scouts in Qualität von diesen beiden hier noch verpflichten. Irgendwas mit 3-4 oder 3-3. Wobei, 3-4 würde ich schon gerne haben. Oder 4-4. Aber 4-5 oder 5-5 sind jetzt noch ein bisschen zu teuer. Warten wir noch ein bisschen ab, was der Markt so hergibt. Und gehen noch ein bisschen voran. Und schauen uns dann das Zurückrundenergebnis an. Ist Fürth endlich mal wieder aufgestiegen? Oh, nee. Sind sie nicht. Ingolstadt gewinnt in Fürth mit 2 zu 1. Und Fürth erleidet dadurch ein ähnliches Schicksal wie vor 2 Jahren gegen den HSV. Wegen der weniger geschossenen Auswärtstore sind sie schlussendlich ausgeschieden. Und das ist natürlich bitter, bitter für Kräuter Fürth. Eine Mannschaft, die ich auch sehr sympathisch finde. Aber was willst du tun? Lukas Hinterseer wurde zum Spiel des Turniers bekannt gegeben. Des Turniers. Sprich der Relegation. Wahrscheinlich hat er beide Tore geschossen, oder? Nein, aber er hat eins geschossen. Alexander Ring das andere. Hinterseer hat noch ein anderes, oder das andere von Ring vorbereitet. Okay, damit war er der Matchwinner. Und hat dafür gesorgt, dass Ingolstadt auch in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen wird. So, wir können mal wieder zwischendurch gucken. Neue Scouts. Ich glaube, es sind zwar neue, aber die sind sogar schlechter geworden. Die möchte ich nicht. So, für nationaltieren abgestellte Spieler. Sainsbury wurde für Australien nominiert. Das juckt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Denn den wollen wir sowieso verkaufen. Dich muss ich nicht verstehen. Du wirst uns auf jeden Fall auch verlassen. Deswegen, das ist mir nicht mal ein Kommentar wert. Jobangebote mal zwischendurch wieder gucken. Frankreich sind einige Posten anscheinend frei. Oder werden demnächst höchstwahrscheinlich frei. Jugendstab nochmal kurz gucken. Raphael Linsmeier. 5,3 oder 3,5. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, welcher von den beiden Werten wichtiger ist. Ob Erfahrung wichtiger ist oder Einschätzung wichtiger ist. Ich denke mal, Einschätzung scheint wichtiger zu sein. Denn er hier ist um einiges teurer als er hier. Obwohl sie ja von der Gesamtsternzahl gleich sind. Warten wir vielleicht da auch noch ein bisschen ab. Dass wir vielleicht da noch ein 4,4er verpflichten. Oder so. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber was wir auch noch gleich machen könnten, wäre. Bei unserem Jugendscout, der jetzt schon da ist. Dass er schon mal irgendwo anfängt. ein Netzwerk aufzubauen. So, hier ist noch nichts Neues. Alles klar. Aber du kannst doch schon mal anfangen. Scouting-Netzwerk aufbauen. Ist die Frage, wo wollen wir das machen? Noe Bailey. Weil er Belgier ist, könnten wir das natürlich in Belgien machen. Aber den möchte ich mal irgendwo anders hinschicken. Wir haben ja ziemlich viele Norweger bei uns im Kader. Und ich möchte mal ein Scouting-Netzwerk hier in Norwegen aufbauen. Für, ja, neun Monate. Kosten 180.000. Das ist in Ordnung. Typ, technisch begabt. Flügelstürmer, starke Physis, Spielmacher, Torwart, Angreifer, Defensivstark. Da suche ich keinen bestimmten Typen. Deswegen machen wir da mal alle. Und zack. Njung. Ist er auch schon unterwegs. Und baut demnächst unser Netzwerk auf. Da bekommen wir nochmal die Bestätigung. Vielen Dank, lieber Herr Assistenztrainer. Und einen weiteren möchte ich noch mindestens verpflichten. Einen weiteren Jugendscout natürlich. Ich sehe, er sagt auf einmal auch Danke, Chef. Obwohl er vor zwei Wochen noch gesagt hat, was bist du denn für ein Arschloch? Ich muss die Spieler nicht immer verstehen, oder? So. Pasta bekommt jetzt auf jeden Fall eine Trainingspause. Der war ja unter aller Sau in der letzten Woche. Für ihn darf Gerhard am besten auch wieder Abschluss. Abschlüsse. Wir brauchen Abschlüsse. Ich glaube, das gesamte Team sollte einfach mal Schussgenauigkeit trainieren. Dann treffen wir vielleicht in der kommenden Saison etwas häufiger ins Tor. Perfekte Vorlagen A, B, A, C. Nur bei Gökhan Gühl, der bislang immer so gut trainiert hat, auf einmal die Note F. Was ist da denn wieder los? Einer bereitet mir pro Woche immer Sorgen. Und der Confed Cup scheint auch schon in vollem Gange zu sein. Der interessiert mich ehrlich gesagt aber jetzt nicht so sehr. Genauso wie dieser Kommentar von Iseka. Vielen Dank, dass Sie mich spielen lassen, Trainer. Das scheint wohl in der Familie zu liegen, dass die nicht so ganz genau zu wissen scheinen, was sie da eigentlich sagen. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall nochmal Scouting-Netzwerk. Da sind auf jeden Fall keine neun bei. Jugendscouts gucken auch nochmal eben schnell. Netzwerk wird eingerichtet. Aber auch hier sind auch keine neun. Müssen wir vielleicht nochmal eben zwei, drei Tage warten. Bis zum Samstag vielleicht. So, die Möxion stoppen. Dann können wir auch gleich das Training nochmal neu einstellen. Äh, Eyunussi bekommt jetzt auch mal wieder ne Pause. Iseka darf mal wieder ran. Aber was sollst du denn machen? Irgendwas mit schießen. Kopfbälle und Vollis. Das passt ganz gut zu dir. Der Rest darf erstmal wieder so bleiben. Ich hoffe, Gühe diesmal mit besserer Trainingsleistung. Ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Amiri sogar Note A. Das freut mich. Das sieht doch schon insgesamt besser aus. Als in der letzten Woche. Süle fällt zwei Monate aus. Jones fällt sechs Wochen aus. Was ist denn da los? Deutschland erst dann Gruppe A. Also Deutschland scheint erfolgreich zu sein. Das freut mich mehr oder weniger. Aber Köln hat momentan ja eh keinen deutschen Nationalspieler mehr. Nachdem wir Jonas Hector Richtung Lazio-Rom abgegeben haben. So, was wollte ich machen? Natürlich wieder Jugend Scouts. Netzwerk wird immer noch eingerichtet. So, was haben wir hier? Wir haben noch Florian Meier. Ein Fünfer, Fünfer. Wollen wir den noch holen? Dann haben wir zwei richtig, richtig gute. Ich glaube, so machen wir das, Leute. Auf einen dritten Jugend Scout werde ich dann allerdings verzichten. Dafür haben wir dann zwei richtig, richtig gute. Also die können wirklich nicht mehr besser werden. Und auch du darfst noch ein Sketch-Netzwerk. Nein, ein Scout-Netzwerk aufbauen. Allerdings nicht oder doch in Österreich. Komm, wir lassen den Österreicher ein. Österreich 1 bauen. Auch für neun Monate. Denn Österreicher haben immer so die Angewohnheit, sehr witzige Namen zu haben. Vielleicht wird da ein kreativer Name bei geboren. Deswegen geht es nur nach Österreich. Vielleicht werden wir zur neuen Saison auch noch einen etwas schlechteren Jugendscout für Deutschland verpflichten. Damit wir auch vielleicht mal ab und zu ein paar deutsche Nachwuchsspieler in unseren Reihen haben. Auch da wird das Netzwerk jetzt aufgebaut. Wunderbar. Allerdings haben wir jetzt kaum noch Kuhle für diese Scouts hier. Wisst ihr was? Dann werde ich da mit 3 und 3 Sternen zufrieden sein. Yannick Brebbels verpflichten wir dann. Aber wieder ein Belgier. Eigentlich die identische Ausgangsposition wie vorher. Ein Deutscher, ein Österreicher, ein Schweizer und ein Belgier. Bisschen cooler haben wir noch. Also einen könnten wir theoretisch noch auf jeden Fall verpflichten. Allerdings möchte ich wirklich gerne einen 3-3er. Da ist allerdings gerade keiner mehr dabei. Oh, und wir sind übrigens schon in der letzten Woche, liebe Freunde. Es neigt sich dem Ende. Nicht nur dieser Part, sondern auch diese Saison. Köln-Vorstand. Info, Besprechung bezüglich Leistung anberaumt. Das übliche Geschwätz. Unsere Leistung wird überprüft. Aber wenn sie uns jetzt entlassen, nach dieser Saison, ich glaube, dann mache ich die Konsole aus und werde nie wieder FIFA-Let's Play. Und jetzt passt auf, wir werden entlassen. Meine FIFA-Karriere-Modus-Let's Play-Geschichte ist zu Ende. Ich glaube ja, eher weniger. So, wir sind jetzt am Endbildschirm angekommen. Dann, Trainer der Saison bekannt gegeben, das können wir noch mal ganz kurz gucken. Es wurde der Trainer vom FC Bayern. Ich liebe diesen Text. Trainer vom FC Bayern wurde zum Trainer der Saison gekürt. Nachdem er der FC Bayern durch eine unglaublich starke Spielzeit geführt hat. Naja, Spieler des Jahres, Thomas Müller, das wussten wir, glaube ich, vorher schon. Boateng fällt auch acht Wochen aus. Was macht Deutschland mit seinen Innenverteidigern? Nach Süde auch Jerome Boateng, der ausfällt, der die Bayern ja auch schon, ich glaube, in der ersten Saison verlassen hat. Aber alles nicht so wichtig. Spekulation, Spekulation, Wechseltheater. Ich glaube, das gibt es ab dem nächsten Part auch wieder zu häufig. Denn dort beginnt dann wieder die nächste Transferphase. Und damit beenden wir ganz offiziell die zweite Saison in FIFA 16, Karrieremodus mit den Kölner Geistböcken. Es war eine gute Saison. Tolle Saison, sagt auch der FC Köln-Vorstand. Hallo Herr Dattel, vor Saisonbeginn hat der Verein Ihnen folgendes Ziel gesetzt. Im Tabellenmittelfeld landen. Gratulation, dass Sie die Erwartungen übertroffen haben. Es war eine herausragende Saison für die Mannschaft. Das bestärkt uns in unserer Absicht, dass Sie der Richtige für diesen Verein sind. Sehr schön. Leistung im Nationalen Pokal. Sehr gut präsentiert. Ja. Geben Sie unsere Glückwünsche an die Spielerweiler. Wir haben viel Spaß den Jungs zuzusehen. Das freut mich doch zu hören. Und damit haben wir die Saison jetzt wirklich offiziell beendet. Und an dieser Stelle bleibt mir dann eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, als natürlich wie immer, wenn der Spielplan zur neuen Saison erstellt wird. Vielen, vielen Dank, dass Sie auch in der zweiten Kölner Saison dabei wart. Es war wirklich eine spannende Saison. Nach sehr holprigem Start haben wir es tatsächlich noch in der Bundesliga auf Platz 6 geschafft. Werden europäisch dabei sein. Unsere erste europäische Saison in diesem Let's Play. Und wir haben als I-Tüpfelchen auch noch den DFB-Pokal gewonnen. 34 Jahre ohne Titel. Köln reckt den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel. Ihr merkt schon, ich verhaspel mich mehr und mehr. Je länger der Part geht, geht auch schon wieder mittlerweile fast eine Stunde. Deswegen, lasst mich nochmal wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr auch wieder bei dieser Saison dabei wart. Es gibt immer noch einiges zu verbessern, vor allem im Abschluss. Das Kölner Offensivspiel muss noch ein bisschen besser werden. Wobei, wenn das auch noch besser wird, wo soll das denn dann noch hinführen? Vielleicht könnte die Kölner Mannschaft für noch größere Überraschungen sorgen, als schon in dieser. Ich bin sehr, sehr gespannt. Transfertechnisch, wie gesagt, wird nicht so viel passieren. Wir werden ein paar Spiele abgeben, einen neuen Stürmer verpflichten, eventuell noch einen dritten Torwart holen. Sogar ziemlich sicher. Aber das war es dann. Höchstwahrscheinlich sollte nichts Unerwartetes passieren. Aber das weiß man im Fußball ja nie so genau. An dieser Stelle vielleicht noch eine ganz kleine Abschlussinfo. Die nächsten Tage wird es wahrscheinlich unregelmäßig mit dem Karrieremodus Let's Play weitergehen. Denn ich hatte es schon im letzten Informationsvideo angedeutet. Höchstwahrscheinlich wird es ab jetzt ein bisschen häufiger Online-Spiele gegen euch, gegen euch Zuschauer geben. Deswegen wird der Karrieremodus vielleicht ein bisschen pausieren. Ich weiß nicht wie lange. Vielleicht kommt er auch jeden zweiten Tag. Kommt darauf an, wie viele Parts ich gegen euch, wie viele Online-Matches ich aufnehme. Da bin ich mir zur Stelle, als ich dieses Video hier aufnehme, noch relativ unsicher, wie viel das sein wird. Werden wir alles sehen. Während der Saisonplan zur Saison 2017-2018 erstellt wird. Was soll man noch großartig sagen. Kölner Geistböcke wollen noch höher hinaus. Wobei könnte es jetzt sein, dass wir sogar noch ein Angebot von einem anderen Verein bekommen? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist oder würde es, wenn wir ein Angebot bekommen sollten, würde es noch bevor der Saisonplan erstellt wird, dann eintreffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Saisonplan anscheinend jetzt erstellt. Und wir werden mit diesem Startbildschirm und gleichzeitig auch Endbildschirm diesen Part, den letzten Part in der zweiten Saison mit den Geistböckern vom 1. FC Köln beenden. Noch einmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Meine Stimme wieder so lange ertragen habt, dass meine Stimme es überhaupt so lange ausgehalten hat. Meine Fresse, ich brauche gleich einen Schluck zu trinken. In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns auch frisch und erholt und mit neuer Motivation in der dritten Saison wieder. Dann sind wir auch europäisch dabei. Mal gucken, wie die Kölner diese Herausforderung bestehen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geistböcken vom 1. FC Köln. Und an dieser Stelle vielleicht noch mal eine ganz kleine Info. Sollte euch dieses Video gefallen, sollte euch dieses Let's Play gefallen an sich, dann gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben oder schreibt einen netten Kommentar. Denn das hilft mir und meinem Kanal besser gefunden zu werden. Und dadurch kommen noch mehr Leute in den Genuss. Dieses Let's Plays. Sorry, dass ich das an dieser Stelle einfach mal wieder erwähne. Aber ich weiß selbst, wie das ist. Man vergisst, obwohl man Videos schaut, die einem wirklich sehr gut gefallen, einen Daumen nach oben zu geben oder mal einen Kommentar zu hinterlassen. Und das hilft wirklich. Jede Interaktionsmöglichkeit hilft wirklich, dass meine Videos, mein Kanal besser gefunden werden. In dem Sinne würde ich euch sehr danken, solltet ihr das einfach mal beherzigen. Und damit ein letztes Mal vielen, vielen Dank und wir sehen uns in Saison 3 dann wieder. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.